Logbuch Eintrag 23 Wir haben heute den 17.06.2086 Stellvertretender Kommandant Seidig spricht Unser leicht bewaffneter Unterstützungsrachter weist keinerlei Probleme auf Käpt'n Tegel bereitet seinem Job wirklich alle Ehre Keine Krankheiten, keine technischen Vorkommnisse Logbuch Ende Stellvertretender Kommandeur Gibt es irgendwelche Probleme an Bord? Keinerlei Probleme Käpt'n, wir werden angegriffen Wie sind Ihre Befehle, Käpt'n? Wie sind Ihre Befehle, Käpt'n? Wie sind Ihre Befehle, Käpt'n? Wie sind Ihre Befehle, Käpt'n?